Willkommen bei der MKK, meine Krankenkasse. Um gleich mit einem fachlich zuständigen Kundenberater zu sprechen, präzisieren Sie bitte Ihr Anliegen. Zur Abstimmung eines Erstattungsantrages bei Krankheit oder Mutterschaft, Ihres Beitragskontos oder zu Meldungen zur Sozialversicherung, drücken Sie bitte die 1. Haben Sie Fragen zu anrechenbaren Vorerkrankungen oder zu elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, drücken Sie bitte die 2. Rufen Sie zu Vollstreckungs- oder Insolvenzverfahren an, drücken Sie bitte die 3. Für alle anderen Arbeitgeberthemen, bleiben Sie bitte in der Leitung. Über weitere aktuelle Rufnummern informieren wir Sie im Internet unter www.meine-krankenkasse.de Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi-Musikstudio.